Musik Mensch, das ist ja ne tolle Bediene. Musik Mutti, was machst du denn da? Ich frische nur ein paar alte Übungen auf. Man wird sonst alt und steif. Was denn? Du alt und steif? Da lachen ja die Hühner. Du könntest glatt noch Ballett tanzen. Aber Kind, ich habe nie Ballett getanzt. Nur rhythmische Gymnastik und ein bisschen Eurythmie. Musik Ja, ja, ich weiß schon. Wickmann, Schule, Labern, Ausdruckstanz. Alles Käse. Martin, was fällt dir ein? Aber das ist doch so, Mutti. Alles altmodischer Kram. Also erlaube mal. Das war in meiner Jugend, war es das Neueste. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja, die Zeit schreitet schnell. Musik Die Zeit. Sag mal, und das will man heute nicht mehr? Kein Mensch. Entschuldige, ich meine natürlich unsere Jugend. Musik Das ist gar nicht so schwer, Mutti. Mit den Füßen eine Zigarette austreten und mit den Händen unten frottieren. Musik Ja, prima. Das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ja, ja, ich weiß. Ihr haltet nichts von mir. Aber Mutti. Wach ich oder trau mich? Mutti, twiste. Aber Mutti, du wirst dich doch vor Sabine nicht chemieren. Los, weiter. Aber ich chemiere mich. Aber Mutti. Du siehst doch, dass ich mit Mutti tanze. Such dir einen anderen Partner. Ich bin nicht. Musik Ich werde verrückt. Abne, komm her. Ist denn dir der Freize-Tanz ausgebrochen? Nein, Daddy, wir trainieren für's Tanzturnier. Was denn für ein Tanzturnier? Von unserem Club um die Juniorenmeisterschaft. Und da machst du mit? Aber nein, Franz. Wie war's mit dem Geschäft? Danke, mittelprächtig. Oh Gott, das finde ich schon so spät. Entschuldige. Na also, was ist denn nun mit dem Turnier? Oh, ganz große Sache. Mit großem Brimboium und drumherum. Du kannst auch kommen. Aber ich denke gar nicht dran. Wann ist denn das, hm? Samstag in 14 Tagen. Ich nehme an, du tanzt mit deiner Schwester. Denkste. Weißt du, wen er gemeldet hat? Susanne Helmbusch, diese Milchziege. Es hat gar keinen Zweck, dass du Susanne beleidigst. Sie ist nun mal besser als du. Das werden wir ja erleben. Nicht einen Punkt wirst du mit ihr gewinnen. Nicht einen einzigen. Was für Punkte denn? Die Wertung. Von 0 bis 10. 10 hat leider noch gar keiner bekommen. So ernst ist das? Nun und ob. Ihr denkt immer, das wäre Spielerei. Es ist blutiger Ernst. Donner Wetter. Ich senke meinen Degen. Du brauchst dich gar nicht darüber lustig zu machen, Daddy. Die Sieger dürfen nach Baden-Baden zum internationalen Turnier. Ich sehe dich auch schon auf dem Titelblatt. Vereint mit dieser Milchziege. Und weißt du, was die Leute sagen werden? Nein. Sie werden sagen, was für ein wundervolles Paar. Ausgenommen Sie. Sehr witzig, Sabine. Aber du hättest dich ja auch melden können. Mit wem denn? Ich hatte gedacht, du, jetzt finde ich keinen mehr. Jetzt ist es zu spät. Aber Sabinchen. Sabinchen. Martin. Du Martin, ich möchte mich ja nicht einmischen, aber findest du... Aber du hättest doch... Davon versteht ihr nichts. Außerdem habe ich nicht gewusst, dass es ihr so wichtig ist. Wer ist denn diese Susanne Helmbusch? Von Helmbusch und Schliminski. Feinkosthandlung. Nachhaft, was? Shut up, Gustl. Eine richtige Tanzmaschine ist sie. Tja, woher weißt denn du das? Ich habe sie doch gesehen. Wo? Hier, bei uns. Na, wieso? Aber Mutti, wir müssen doch trainieren. Manchmal bei Helmbusch, manchmal bei uns. Morgen Nachmittag zum Beispiel wieder. Du kannst gerne zugucken, wenn es dir Spaß macht. Danke. Susanne. Noch mal. Und. Klappt aber gar nicht. Halt die Klappe, sonst fliegst du raus. Grunde genommen hat er recht. Was ist heute los mit dir? Mit mir? Mit dir ist was los. Du bist heute ungewöhnlich nervös. Ich und nervös zum Blödsinn. Komm doch mal sofort. Vielleicht stört euch meine Gegenwart. Aber wieso denn, Sabinchen? Du störst mich gar nicht. Aber mich und. Na also. Was heißt na also? Na also heißt na also. Komm, Gustl, leg mal eine Rumba auf. Diese südamerikanischen Tänze liegen mir nicht. Wir werden nicht gefragt, was uns liegt, sondern was wir können. Sprichst du von Pflicht oder von Kühe? Von Pflicht natürlich. Spießer. Und? Na bitte, klapp doch padellos. Ich bin dich auch. Du bist gar nicht gefragt. Ihr seid aber in einer Saularne. Alle beide. Da mach ich dich mit. Meinst du, ich bin dein Prügelknabe? Jetzt fängt der auch noch an zu früh heute, was? Soll ich dir sagen, was los ist? Na, da bin ich aber gespannt. Ich tanze nicht mit dir auf dem Turnier. Ach, und warum nicht? Das fragst du noch? Keine Ahnung. Du doch nicht so scheinheilig. Hast du Edeltraut geküsst oder nicht? Aber Susanne. Fass mich nicht an. Ich habe sie geküsst, das gebe ich zu, aber ganz brüderlich auf die Backe. Du lügst. Du hast sie auf den Mund geküsst. Ich habe es genau gesehen. Also gut. Aber Edeltraut lässt sich doch von jedem küssen. So sprichst du also von einem Mädchen, das du geküsst hast. Mit dir will ich nichts mehr zu tun. Susanne, ich habe dich angemeldet. Was soll ich auf der Turnierleitung sagen? Mir doch egal. Such dir noch andere. Gut, das werde ich dann auch tun. Du findest ja gar keine. Sind ja alle schon vergeben. Das lasst nur meine Sorge sein. Und bete dir bloß nicht ein, dass ich wiederkomme. Und warum bist du dann überhaupt gekommen? Weil ich dir es ins Gesicht sagen wollte. Ach du, du. Was denn? Sag es doch. Sag es doch. Du Mistige. Hast du zugehört? Allerdings. Du Biest. Au, lass mich los. Au. Susanne. Der Tee. Ach, Sie sind sicherlich voll ein Milchbüschel. Entschuldigen Sie, ich wollte gerade... Sus. Martin, willst du mir nicht erklären? Ja, Mutti, mit einem einzigen Wort. Hysterisch. Willst du nicht nachlaufen und sie zurückholen? Die, die lasse ich sausen. Ja, und was wird aus unserem Turnier? Ach, da wüsste ich schon jemand. Wen denn? Sabinchen. So, auf einmal bin ich dir gut genug. Aber bitte, wenn du nicht willst. Wer sagt denn, dass ich nicht will? Ach, soll ich dich eventuell auf Knien bitten? Nein, aber fragen hättest du mich schon können. Ach, Kinder, seid ihr kompliziert. Den Kuchen brauchst du auch nicht alleine aufzufuttern. Komm, probieren wir. Je deutlicher, je voller der Mund, desto deutlicher die Aufsprache. Mutti, machst du bitte Musik? Ja, ich mach Musik. Ich mach Musik. Gratuliere, Sabinchen. Wenn du nicht meine Schwester wärst, dann würde ich dir jetzt glatt einen Kuss geben. Du meldest mich fürs Tanzturnier? Ja. Ja, ich mach mich. Also hier wird das nun stattfinden. Guck mal da, das Weiße. Die hätten das Parkett aber auch fegen können. Aber das ist doch Talkung, damit sie nicht ausrutschen. Ach so, wie das Manege im Zirkus. Also mir klopft das Herz. Ich glaube, du hast mehr Lampenfieber als die Kinder. Wenn ich dran denke. Wie mag Sabinchen jetzt zumute sein? Also von mir aus könnte es losgehen. Gib mir doch mal dein Taschentuch. Du, hab ich vergessen. Soll ich dir eins besorgen? Nicht nötig. Lampenfieber? Nicht die Spur. Hallo, Edelmaus. Wie fühlst du dich? Oh, danke gut. Und du? Na. Toi, 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 toi. Hier bin ich. Susanne? Wie siehst du denn aus? Original Paris. Habe ich extra für heute kommen lassen. Schick mich, wa? Aufgetakelt wie eine Dreimastbarke bei Flottenparade. Soll das eine Schmeichelei sein? Hast du like it? Wer ist denn eigentlich dein Partner? Wer? Du? Ich erlaube mal. Ach, Susanne, du bist auch da. Natürlich, warum denn nicht? Ich bin doch Martins Tänzerin. Was bist du? Das ist doch die größte Unverschämtheit, die wir geben. Du machst doch keinen Wind. Natürlich tanze ich mit dir. Mit mir? Nein, mit meiner Schwester. Also wenn du nicht mit mir tanzt, dann mache ich einen Skandal. Susanne. Den kannst du haben. Wie ein Löwenkäfig. Oh, meine Damen, was ist denn? Gar nichts. Was ist denn los? Kann ich behüblich sein? Nein, danke. Ich habe mich nur im Schienbein geschossen. Oh, meine Frisur. Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen unsere Juniore-Tanzturnier. Bitte zu entschuldigen meine schlechte Ausprache. Pardon. Zunächst, ich darf Ihnen vorstellen, unsere Schiedsrichter, sehr streng, sehr gerecht. Von denen hängt nun alles ab. Furchtbar, furchtbar. Und nun zu unseren Nackwuchs. Die Ehren tragen ein Nummer auf die Rücken. Am Ende von J.D. Tanz, die Schiedsrichter zeigen Tafeln mit das Numero von das Paar, das nach ihrer Ansicht war, die beste. Zum Schluss, Ausscheidung. Da, unser Martin Nummer 13 komme. 13? Wir beginnen traditionell mit einer langsame Walze. Darf ich bitte? Sind Sie nicht schön? Ich bin nicht schön? Ich bin nicht schön. Von der, ich bin nicht schön. Und dann ist es... Gut, ich bin nicht schön. Musik Musik Pass auf, Sie kriegen den Preis, Sie müssen ihn holen. Ich habe schon die 13. Das ist keine 13, das ist so eine Unverschämtheit. Die Schiedsrichter sind gestoppt. Ja. Musik 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 Vielen Dank. Ich habe die große Vergnügen, Ihnen im Namen der Jury zu überreichen diese kleine Kadeageschenke von Sabine Lindinger und Herrn Martin Lindinger. Schade, dass Sie nicht Liebespaar sind, sondern nur Geschwister. Dommage. Trotzdem lassen Sie sich gut schmecken. La Gloire, la Victoire, Ihre Sieg. Applaus Nicht doch so in der Öffentlichkeit. Das Siegerpaar zur Ehrenrunde, es zeigt Ihnen einen Scharsten. Vielen Dank. Applaus 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 Sorgen nie aus, schön ist es trotzdem bei uns zu Haus. Steht uns auch noch so manches bevor, wir tragen alles mit Humor. Und machen stets das Beste daraus, in der Familie bei uns zu Haus. Untertitelung des ZDF, 2020